Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportschützen und Jäger, ich freue mich Ihnen heute ein neues Produkt auf dem Markt der Waffenreinigung vorstellen zu dürfen, Bohrblitz. Dieses auf den ersten Blick doch bekannte Waffenreinigungssystem unterscheidet sich in einer Vielzahl von Details von auf dem Markt befindlichen Waffenreinigungsschnuren. So erhalten Sie jedes Bohrblitz Waffenreinigungssystem mit einer wiederverschließbaren Aufbewahrungstasche sowie einem Handgriff. Je nach Version erhalten Sie Bohrblitz mit und ohne CLP-Laufreinigungssolvent. Hintergrund für die Weiterentwicklung der Laufreinigungsschnur ist, dass nur Reinigungsmittel Schmauchrückstände neutralisieren, Tombag und andere Laufablagerungen lösen sowie den Lauf konservieren können. Im Gegensatz zu anderen Reinigungsschnuren arbeitet Bohrblitz mit eingearbeiteten Schwämmen, auf die bis zu zwei unterschiedliche Reinigungsflüssigkeiten aufgetragen werden können. Wie bereits anfangs erwähnt, gibt es Bohrblitz in zwei Versionen mit und ohne Reinigungssolvent. Bei diesem CLP-Reinigungssolvent handelt es sich nicht um ein reines Reinigungsmittel, sondern um ein Reinigungs-, Schmier- und Konservierungsmittel. Die Flüssigkeit ist ungiftig, nicht brennbar, geruchlos und biologisch abbaubar. Da es keine anderen Teile der Waffe angreift, ist dieses Reinigungssolvent für die komplette Reinigung der Waffe verwendbar. Wie Sie hier in unserem Beispiel recht schön erkennen können und wie auch bereits anfangs erwähnt, arbeitet Bohrblitz ohne jegliche Reinigungsbürsten. So sind in jede Reinigungsschnur zwei Reinigungsschwemme, einen vorderen Teil, einen in den hinteren Teil der Reinigungsschnur eingearbeitet. Das dient dazu, dass ich beispielsweise auf den vorderen Schwamm ein Tombaakentferner aufbringen kann, während ich auf den hinteren Teil der Schnur ein neutralisierendes, konservierendes Mittel auftrage. Hinter jedem Schwamm wurde zusätzlich eine elastische Gummikugel eingearbeitet, welche dem jeweiligen Laufdiameter nachempfunden wurde. Das dient dazu, dass ich die Flüssigkeit während der Reinigung wieder mit aus dem Lauf bekomme und so die Problematik eines Ölschusses bzw. einer Treffpunktverlagerung nach der Reinigung vermeide. Am Ende der Reinigungsschnur finden Sie eine kleine Lasche, welche dazu dient, Reinigungsbürsten oder sonstiges Reinigungszubehör zusätzlich anzubringen. Auf dem Gegengewicht der Reinigungsschnur, welches dazu dient, die Reinigungsschnur einfacher in den Lauf einzuführen, finden Sie eine Gravur mit dem jeweiligen Laufdiameter. Die unterschiedlichen Kaliber sind an der Farbe der Reinigungsschnur erkennbar. Um mit der Reinigung zu beginnen, öffnen Sie zunächst den Verschluss und entnehmen Sie diesen aus der Waffe. Sichern Sie Ihre Waffe und stellen Sie sicher, dass diese entladen ist und der Lauf frei von Fremdkörpern ist. Führen Sie nun die Reinigungsschnur durch die Kammer in den Lauf ein. Als nächstes tragen Sie Ihr Reinigungsmittel großzügig auf die Reinigungsschwemme auf. Fädeln Sie das Endstück der Reinigungsschnur durch den Handgriff und umwickeln Sie diesen. Ziehen Sie nun die Reinigungsschnur in Schussrichtung aus der Waffe. Die mit dem goldenen Keiler ausgezeichneten Bohrblitzreinigungsschnüre sind für alle gängigen Kurzwaffen, Büchsen und Flintenkaliber verfügbar und über den gut sortierten Fachhandel erhältlich. In diesem Sinne, gut Schuss und Weidmannsheil! der Waffe 25 Kielbpletten